Hallo, im letzten Video haben wir über Balladen gesprochen und bereits eine sehr bekannte von Johann Wolfgang von Goethe kennengelernt. Aber auch Goethes Freund Friedrich Schiller war ein leidenschaftlicher Balladenschreiber. Wir blicken heute mal auf eine, in der es um die Liebe geht. Oder besser gesagt darum, wie man sich diese ordentlich versauen kann. Jack überlässt Rose, das letzte auf dem Atlantik schwimmende Treibholz. Bella lässt sich wie Edward in einen Vampir verwandeln. Jonas reist durch Raum und Zeit, um mit seiner Martha zusammen sein zu können. Liebespaare gibt es zahlreiche in Filmen und Serien. Und nicht selten liefern sie sich herzzereißend kitschige Liebesbeweise, um ihre Gefühle zueinander zum Ausdruck zu bringen. Was wäre denn aus eurer Sicht ein Liebesbeweis, der seiner würdig ist? Überlegt kurz mal. Der Klassiker ist wohl die Bootprobe, die ein verliebter Mensch für einen anderen begeht. Und die nicht selten dumm ausgeht. Aber es reichen schon kleinere Gesten aus, um seine Liebe zu beweisen. Jemanden eine Freude zu machen, indem man ihm etwas Besonderes schenkt, zählt auch dazu. Sich Zeit freimachen, um sie nur mit einer bestimmten Person zu verbringen. Und dabei auf etwas anderes zu verzichten ebenfalls. Fallen euch noch weitere Dinge ein? Schreibt sie gerne in die Kommentare. In unserer heutigen Ballade soll es auch um so einen Liebesbeweis gehen. Sie heißt Der Handschuh. Klingt erstmal wenig romantisch. Hören wir sie uns mal an. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger. Und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Und sieht sich stumm ringsum mit langen Gehnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor. Daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wird er den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und recke die Zunge. Und im Kreise scheu umgeht er den Loi. Grimmig schnurrend, drauf steigt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Loi mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Und herum im Kreis. Von Mordsucht heiß lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von des Alterns Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Läuen mitten hinein. Und zu Ritter Delorgus, spotten der Weiß, wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeder Stunde. Also hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritt. Und aus der ungeheuren Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und die Edelfrauen. Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde. Aber mit zärtlichem Liebesblick, es verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dankdame begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde. Und habt ihr den Liebesbeweis herausgefunden? Super! Dann löst nun Aufgabe 1 auf folgendem Arbeitsblatt. Öffnet dafür den Link in der Infobox und ladet es euch auf unserem Blog herunter. Dort findet ihr auch nochmal den Text der Ballade, mit der es hilft, wie ihr die Aufgaben leichter lösen könnt. Tragt strichpunktartig den Liebesbeweis ein, der in der Ballade vorkommt. Füllt auch die anderen Felder bitte aus. Wer war der Dichter der Ballade? Welches Thema wird behandelt? Wo befindet sich der Höhepunkt der Spannung? Welche Grundstimmung wird vermittelt und wie viele Strophen beinhaltet die Ballade? Und welches Reimschema finden wir in Strophe Nummer 2? Zu guter Letzt sollt ihr auch ein ganz bestimmtes sprachliches Mittel herausfinden, nämlich eine Personifikation. Es gibt genau ein Beispiel dafür im Text, in der ein Gegenstand durch eine bestimmte Handlung vermenschlicht wird. Solltet ihr bestimmte Punkte noch nicht im Unterricht behandelt haben, lasst die entsprechenden Felder einfach frei und wir besprechen die Punkte gleich gemeinsam. Ihr benötigt für Aufgabe 1 etwa 10 Minuten. Klickt den Pause-Button und startet das Video erneut, wenn ihr fertig seid. Bis gleich! Und los geht's mit der Lösung. Fassen wir schnell nochmal zusammen. Beginnend mit dem Raubkatzenkampf nimmt die Ballade ihren Lauf, als Fräulein Kunigund ihren Handschuh in die Arena gleiten lässt. Sie fordert ihren Geliebten auf, den Handschuh zurückzuholen, falls er sie wirklich so liebt, wie er es schwört. Jetzt spitzt sich die Handlung zu. Der Ritter scheint gar nicht darüber nachzudenken, sondern springt zum Entsetzen der Zuschauer zwischen die gefährlichen Raubtiere und erfüllt seine Aufgabe. Wohingegen der Erwartung, der hoch erfreuten Kunigund, feuert der Ritter seiner Holden den Handschuh mitten ins Gesicht und lässt sie inmitten all der auf sie gerichteten Augenpaare stehen. Was ist der Liebesbeweis in der Ballade? Richtig, der Ritter soll den Handschuh seiner Holden Dame aus dem Löwenzwinger fischen. Diesen hat sie aber keineswegs versehentlich hinabfallen lassen, sondern ihn bewusst hineingeworfen, da sie diesen Liebesbeweis absichtlich herbeiführen wollte. Nicht sehr nett. Und wer hat das Ganze überhaupt geschrieben? Na, wer hat sich daran erinnert? Es war Friedrich Schiller. Das Thema ist, wenn man es ganz weit fassen will, die Liebe. Aber etwas enger betrachtet geht es um einen Diebesbeweis, eine Mutprobe, der der Ritter Delorges ausgesetzt wird. Der Höhepunkt ist sicher auch eindeutig. Die Handlung spitzt sich in dem Moment zu, indem der arme Ritter den Löwenzwinger betritt und alle Zuschauer gespannt die Luft anhalten. Zum Glück überlebt er diese Mutprobe unversehrt. Wie würdet ihr denn die Stimmung in der Ballade beschreiben? Welche Adjektive sind euch eingefallen? Wir fanden sie bedrohlich, sicherlich spannend, zum Teil sogar beängstigend. Und ihr? Die Strophen zu zählen war sicher kein Problem. Es sind acht an der Zahl. Das Reimschema ist da schon etwas schwieriger. Schauen wir in die zweite Strophe hinein. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger. Und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Und sieht sich stumm ringsum. Mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Finger, Zwinger, Schritt, Tritt. Hier folgen die Verse mit den sich reimenden Wörtern direkt aufeinander. Wir haben also das Schema AABB, das Paarreim genannt wird. Zu guter Letzt die vielleicht kniffligste Aufgabe. Ihr solltet eine Personifikation herausfinden. Um kurz Klarheit bei denjenigen zu verschaffen, die die Stilmittel im Unterricht noch nicht kennengelernt haben. Bei einer Personifikation werden aus nicht lebenden Gegenständen und Dingen Menschen, also Personen, gemacht. Das geschieht dadurch, dass sie bestimmte Handlungen vornehmen, die nur Lebewesen tätigen können. In der Ballade findet ihr so eine Personifikation in der vierten Strophe, Vers 34 und 35. Dort heißt es, da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Speien ist ein Synonym für Spucken oder in manchen Fällen Schlimmeres. Eine Tätigkeit, die ein Haus normalerweise nicht verübt. Ganz klar, ein Beispiel für eine Personifikation. Super, damit haben wir uns jetzt gut in die Ballade eingearbeitet. Nur eine Sache bleibt noch offen. Warum nimmt die Geschichte denn so eine überraschende Wendung? Der Ritter gibt sich ohne zu zögern für Kunigund in Lebensgefahr, nur um ihr den Handschuh dann ins Gesicht zu schleudern? Könnt ihr ihn verstehen? Das war wohl ein Liebesbeweis, der ordentlich nach hinten losgegangen ist. Und da hat Delorgis auch absolut richtig gehandelt. Er hat im richtigen Moment erkannt, dass eine Frau, die ihn in solch eine Situation bringt, nur um seine Gefühle zu testen, wohl keine ehrliche Liebe für ihn empfinden kann. Nicht immer sind Liebesbeweise also ein Zeichen von Romantik. In diesem Beispiel können sie auch das Ende der Beziehung bedeuten. Wie könnte Kunigund denn auf diese Abfuhr reagiert haben? Was könnten die Umstehenden gedacht und gesagt haben? Meint ihr, sie waren auf der Seite des Fräuleins oder auf der des Ritters? Öffnet noch einmal das Arbeitsblatt, um den Ausgang der Ballade in Aufgabe 2 zu ergänzen. Hier sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr müsst weder Reim noch ein Versschema einhalten. Schreibt einfach so, wie ihr möchtet. Ihr benötigt etwa 10 Minuten dafür. Drückt wieder den Pausebutton, um das Video zu stoppen, bis ihr die Aufgabe gelöst habt. Anschließend erfahrt ihr unsere Version der Geschichte. Im Zwinger entstand ein fürchterlicher Tumult. Ein edler Ritter sprang auf, zog sein Schwert, welches er in der Schlacht von Kaiserstein gewann. Er schrie, Hint fort mit dir, du Unhalt! Alle Frauen und Edeldamen kreichten wild durcheinander. Der Lorges wiederum zog sein Schwert und stellte sich dem Ritter Netaner ihr gegenüber. Er sagte mit ruhiger Stimme, Tu, was du nicht lassen kannst. Ich würde ihr den Handschuh jederzeit wieder ins Gesicht werfen. Diese Liebe ist nicht echt. Was, wenn eure Frau so etwas Törichtes von euch verlangen würde? Langsam und bedächtig ließ Nathanae das Schwert in die Scheide gleiten, sagte nichts und setzte sich zurück auf seinen Platz. Kunigunde hielt sich beschämt die Hände vors Gesicht und verließ den Zwinger. Alle applaudierten noch lauter. Der König bot Delorges einen Platz in der königlichen Wache an und lobte seine Weitsicht und seinen Charakter über alle Maßen. Ist eure Geschichte ähnlich verlaufen oder ging sie schlecht für den Ritter aus? Habt ihr denn Verständnis für seine Reaktion oder seid ihr eher auf der Seite von Kunigund? Das war's zum Handschuh. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.